Am 6. Mai ist Kommunalwahl. Du fragst dich, was geht mich das an? Warum soll ich da wählen gehen? Ich sage, diese Wahl ist besonders wichtig. Nirgendwo sonst kannst du so direkt spüren, was die Politik entscheidet. Und nirgendwo sonst kannst du selbst so leicht einflussen. Du denkst, okay, aber wer interessiert sich denn dafür meine Meinung? Ich interessiere mich dafür. Ich bin Christina Schubert, 27 Jahre alt und möchte ab dem 6. Mai deine Vertreterin im Rathaus sein. Dabei liegt mir eins besonders am Herzen, nämlich der Austausch mit dir als Anwohnerin oder Anwohner. Du selbst weißt am besten, was in unserem Stadtteil verbessert werden kann oder wo es Probleme gibt. Deswegen freue ich mich darauf, mit dir gemeinsam ab dem 6. Mai die Brunswick und unsere Stadt Kiel noch schöner, moderner und lebenswerter zu machen.